Hi, hier ist David Garrett und ich wünsche natürlich dem ganzen Projekt ganz, ganz viel Erfolg. Es hat mir viel Spaß gemacht, in diesem Bildband mitzuwirken. Toi, toi, toi und hoffentlich ganz, ganz viel Geld für ein Herz für Kinder. Ich muss so zwischen entweder 5, 6, 7 Jahre alt gewesen sein. Das ist für ein ganz schönes bisschen her. Ist natürlich ein bisschen mit Nostalgie verbunden. Auf der anderen Seite freut man sich, dass man aus der Situation gut rausgekommen ist. Ich glaube, du hast schon eine gewisse Verantwortung, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Die Sachen, die dir wichtig sind, auch nach außen zu tragen und dafür auch zu werben. Und wenn etwas dir am Herzen liegt, dann ist das sicherlich keine verkehrte Sache, dafür sich auch zu bemühen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020